ja halli hallo liebe fans von herr peter erklärt schön dass ihr wieder zugeschaltet habt heute mit einer premiere ich rechne mal euch eine der neuen prüfungen vor zum thema mechanik in der physik abschluss prüfung ist da natürlich jetzt was ganz was neues dieses jahr jetzt also 2023 zum ersten mal im lehrplan drin ein neues prüfungskapitel das mechanik heißt und das tolle ist das ist jetzt dazukommen dafür hat man e lehre 1 und e lehre 2 fusioniert und da ein neues thema gemacht ja wer das jetzt erst mal sieht er denkt toll motorräder wirklich tolle tolle sachen aber ja ihr werdet sehen jetzt gleich mensch so schwer ist es eigentlich gar nicht und ich finde dieses mechanik kapitel es ist eigentlich was für jemanden der einfach wegen punkte sammeln möchte also es ist wirklich ein dankbares neues prüfungskapitel warum ist das so ja ihr seht es jetzt gleich erst mal hier zu diesem mechanik kapitel da muss man halt in der lage sein auch formeln umzustellen wird man feststellen steht ganz ganz viel in der formessammlung drin und wenn ich mir jetzt hier mal unsere formessammlung anschauen die wir an der schule halten beginnt hier eigentlich alles wichtige in der formessammlung erst mal auf der seite 21 hier kommen als erstes gleichförmige bewegungen das heißt bewegungen bei denen irgendein körper irgendein fahrzeug immer mit gleichbleibender konstanter geschwindigkeit fährt dann gibt es eine gleichmäßig beschleunigte bewegung bei der körper halt sagt schon der name gleichmäßig beschleunigt das heißt er hat in bestimmten zeiten immer gleiche geschwindigkeitsänderungen und damit hat man dann auch beschleunigung und jetzt gibt es hier eine tolle neue formel wenn wir jetzt eine beschleunigte bewegung hat kann man den weg immer mit 1,5 mal beschleunigung mal zeit zum quadrat berechnen daneben gibt es noch die tolle grundgleichung der mechanik die kraft ist immer das produkt aus masse mal beschleunigung hat der newton damals schon festgestellt ihr kennt es auch schon früher aus aus einer formel nämlich die gewichtskraft ist immer masse mal ortsfaktor wobei der ortsfaktor eigentlich an nichts anderes wie die erdbeschleunigung ist was jetzt auch neu dabei ist ist dass man jetzt auch in der lage ist kinetische bewegungs energie von körpern zu berechnen mit der formel 1,5 mal m mal v quadrat also auch so ähnlich wie es ist 1,5 at quadrat und was es jetzt auch noch gibt wenn jetzt körper sind sie sich bewegen dann besitzen die auch noch einen impuls und auf den kann man immer kommen indem man masse mal geschwindigkeit rechnet ja und ausgehend von diesen tollen formeln gibt es jetzt ganz ganz tolle neue schöne aufgaben die jetzt hier in den kapitel mechanik eine rolle spielen und ich mache jetzt einfach mal hier die beispiel abschluss prüfung f1 um euch zu zeigen mensch so schwer ist das gar nicht ja also hier gibt es als erstes mal um motorräder und klar wenn man jetzt sowas liest also sind jetzt eine gleichmäßig beschleunigte bewegung soll jetzt hier vorliegen man kennt die masse von den motorrädern man weiß jetzt bei motorrad 1 nach einer zeit von fünf sekunden hat es eine geschwindigkeit von 124 km pro stunde erreicht da kann man auch davor ausgehen dass diese motorräder dann aus dem stand direkt los fahren und der gibt halt einmal gleichmäßig beschleunigt gas und hat nach fünf sekunden 124 km pro stunde zerreicht das heißt nach einer zeitänderung von fünf sekunden ist denen jetzt die geschwindigkeitsänderung von dem 124 km pro stunde ja der andere der beschleunigt bei dem wissen wir andere sachen da wissen wir jetzt der beschleunigt sechs sekunden lang und hat dann einen weg von 117 meter zurückgelegt und wir kennen auch noch die masse ja und jetzt soll man ausrechnen welches der beiden motorräder stärker beschleunigt naja gut in dem fall rechenaufgaben kennt mehr notieren uns erstmal alles was da jetzt so gegeben ist und gesucht ist also ich schreibe jetzt einfach mal hin 110 also es ist jetzt die abschlussprüfung beispiel f1 so mechanik schreiben wir mal hin gegeben also 110 es ist gegeben so mehrere sachen wir kennen die masse vom motorrad 1 300 kg die ist bekannt wir wissen die zeit in der dieses motorrad beschleunigt und zwar das beschleunigt fünf sekunden nenne ich jetzt einfach mal t1 5,0 sekunden also so lang fährt er und die geschwindigkeit vom motorrad 1 die kennen wir auch die soll sein 124 km pro stunde ja das ist ja wirklich toll das wäre jetzt motorrad 1 schauen uns noch motorrad 2 an von dem wissen wir die masse 250 kg wir wissen der beschleunigt insgesamt jetzt sechs sekunden lang und da wissen wir den weg den der in dieser zeit zurückgelegt hat nämlich 117 meter und wir sollen jetzt hier entscheiden welches jetzt der beiden motorräder stärker beschleunigt das heißt natürlich um das jetzt entscheiden zu können das nennen wir jetzt 111 muss ich natürlich die beschleunigung der beiden motorräder herausfinden ja also wenn man das jetzt hat schnappt man sich erstmal die formelsammlung und da schauen wir natürlich jetzt mal rein und jetzt kommt es natürlich wenn man sich jetzt die beschleunigung anschaut die beschleunigung hat immer die einheit meter pro sekunde quadrat das heißt um da jetzt irgendwelche sachen erstmal groß zu beschleunigen ist es geschickt dass man erstmal die geschwindigkeit von dem ersten motorrad in die einheit meter pro sekunde umwandelt es ist nicht schwer da gibt es eine ganz wichtige zusammenhang ein kilometer pro sekunde sind immer 3,6 meter kilometer pro stunde das heißt wenn man geschwindigkeit hat in der einheit kilometer pro stunde dividiere ich das erstmal durch 3,6 und damit hat man schon mal die geschwindigkeit in der einheit meter pro sekunde geschwindigkeit in der einheit meter pro sekunde und ich habe den vorteil dann auch für das rechnen wir haben auch diese sekunde die ich hier habe also ganz wichtig wenn man kilometer pro stunde hat rechne ich einfach jetzt 124 geteilt durch 3,6 ja das liefert jetzt 34,4 ja in dem fall 124 also 34,4 meter pro sekunde also ganz wichtig schon mal die umwandlung kilometer pro stunde geteilt durch 3,6 ergibt immer meter pro sekunde und andersherum meter pro sekunde mal 3,6 ergibt kilometer pro stunde ja ja damit können wir natürlich jetzt loslegen in der formes sammlung steht jetzt hier drin dass bei der beschleunigten bewegung die beschleunigung immer die geschwindigkeitsänderung durch die zeitänderung ist naja gut wenn das auto jetzt natürlich hier von null beschleunigt aus dem stand raus ist die geschwindigkeitsänderung natürlich die erreichte geschwindigkeit und die zeitänderung ist eigentlich nichts anderes wie das t deswegen könnte man das delta da auch einfach mal weglassen und damit ist a nichts anderes wie v durch t damit könnte man die schon ausrechnen die beschleunigung von dem motorrad 1 indem ich rechne v1 durch t1 also ich nehme einfach die formel hier wie sie in der formelsammlung steht ja an der stelle natürlich der hinweis ihr seht da von mir jetzt geodreiege stifte formelsammlungen taschenrechner also kann ich natürlich nicht vermeiden dass da versteckt jetzt werbung für die sachen auch ist die ich mache also jetzt verwende also wir haben in dem fall als es 34,4 meter pro sekunde geteilt durch 5,0 sekunden und damit kommt jetzt als einheit die einheit der beschleunigung raus meter 34,4 müssen wir halt jetzt rechnen 34,4 geteilt durch fünf ergibt jetzt hier 6,88 und wenn man nun die sinnvollen ziffern beachten sind es 6,9 meter pro sekunde quadrat damit kennen wir schon die beschleunigung vom motorrad 1 die beschleunigung vom motorrad 2 zu ermitteln ist ein bisschen komplizierter warum es ist ja s 2 nichts anderes wie ein halb mal das ist ja der weg weiter schleunigten bewegung in dem fall bräuchten jetzt a und t quadrat also a2 mal t2 zum quadrat ja was wollen wir ausrechnen a2 ich denke im 1er zweig schafft man das vielleicht auch vom umformen her ich rechne erstmal mal 2 also habe ich 2s2 und das dividieren immer durch t2 zum quadrat und damit können wir die beschleunigung vom fahrzeug 2 ausrechnen wer will könnte es natürlich auch als gleichung lösen ich bin einer ich nehme immer gern umgestellte formeln kann man natürlich genauso machen also in dem fall rechne ich jetzt hier 2 mal s2 also 117 meter wichtig beim rechnen immer mit den einheiten durch 6,0 sekunden in dem fall klammer hier außenrum formen mäßig so und wenn ich das jetzt rechne und wir haben 2 mal 117 also sieht man super was ich da ein gibt so geteilt durch 6 zum quadrat ergibt jetzt hier 6,5 also zweites motorrad hat eine beschleunigung von 6,5 meter pro sekunden quadrat damit haben können wir natürlich die beschleunigung der fahrzeuge vergleichen die frage lautet ja entscheiden sie rechnerisch welches der motorräder stärker beschleunigt also kann man feststellen motorrad 1 beschleunigt stärker als motorrad 2 weil hier ist ja die beschleunigung 6,9 also haben wir schon die erste aufgabe gelöst das ist doch toll also das geht eigentlich also ich finde da war jetzt wenn man die formels hernimmt eigentlich nichts so kompliziertes dabei also das war eigentlich eine dankbare aufgabe mit einer überschaubaren formel genau so jetzt heißt bei der nächsten aufgabe man soll jetzt begründen dass bei gleicher geschwindigkeit bei der motorräder das motorrad 1 einen um 20 prozent größeren impuls besitzt ja gut wie kann man das begründen kann man sich ja erstmal überlegen wenn man eine formelsammlung nachschaut was ist denn überhaupt dieser impuls und den impuls kann man immer berechnen ist ein p in dem ich die masse des körpers mal geschwindigkeit des körpers nehme also in dem fall 1 1 2 kann man sich ja mal hinschreiben der impuls ist immer die masse mal die geschwindigkeit das heißt wenn man sich das mal so durch überlegt dann kann ich natürlich davon ausgehen dass er bei gleicher geschwindigkeit ist natürlich hier der impuls dann direkt proportional zur masse also es muss ja sein also wenn die geschwindigkeit gleich ist der impuls ist immer definiert als das produkt aus masse und geschwindigkeit dann muss ich natürlich schauen wenn die geschwindigkeit gleich ist kann ich mir natürlich mal die massen der motorräder anschauen naja und wenn ich mir jetzt mein motorrad eins anschaue das hat eine masse von 300 kilogramm und mein motorrad zwei hat eine masse von 250 kilogramm naja gut und man soll jetzt das motorrad eins hat einen 20 prozent größeren impuls dann könnte man natürlich jetzt das mal wie folgt begründen wir wissen ja jetzt hier mein motorrad eins hat eine masse von 250 kilogramm gut nehmen wir mal an das entspricht 100 prozent so die masse vom fahrzeug 2 sind 300 kilogramm gut da könnte man jetzt den dreisatz hernehmen ich rechne 300 mal 100 geteilt durch 250 also dieser klassische dreisatz 300 mal 100 durch 250 und da lande ich jetzt bei 120 prozent damit stelle ich fest naja gut die masse von dem fahrzeug 2 ist um 20 prozent größer als die masse des fahrzeugs 1 also muss auch der impuls um 20 prozent größer sein also kann man hinschreiben da die masse von fahrzeug motorrad 1 um 20 prozent größer ist als die masse von motorrad 2 also so könnte man das jetzt begründen mir wird es ausreichen größer ist als die masse von motorrad 2 muss wegen der ja letztendlich klar wenn ich meinen impuls habe jetzt könnte man natürlich jetzt jeweils rechnen natürlich dann ist natürlich fast v immer ja sowas liebe ich immer jetzt hat sich einfach mittendrin einfach mal meine kamera verabschiedet weil ich glaube ich habe da ein bisschen ein wackel in meinem übertragungskabel ja also wo war ich mal stehen geblieben also ja da mitten dementsprechend drin also letztendlich klar der impuls ist ja immer masse mal geschwindigkeit das heißt meine geschwindigkeit ist natürlich dann v ist ja dann immer p durch m das heißt wenn die geschwindigkeit gleich ist wenn die geschwindigkeit konstant bleibt muss natürlich das auch konstant sein das heißt der impuls muss dann natürlich direkt proportional zu masse sein weil p durch m ja immer dieses v wäre naja klar und wenn ich natürlich dann dementsprechend muss natürlich wenn die masse um 20 prozent größer ist muss dann natürlich auch hier der impuls um 20 prozent größer sein und damit haben wir das eigentlich gezeigt also weil jetzt die masse um 20 prozent größer ist als die die masse von motora 2 muss wegen der direkten proportionalität von masse und impuls muss wegen der direkten proportionalität von masse und impuls bei gleicher geschwindigkeit es ist natürlich immer so also wenn die geschwindigkeit gleich bleiben würde bei den sagen dann gilt da direkte proportionalität zwischen masse und impuls weil die v ja konstant wäre also muss bei gleicher geschwindigkeit auch der impuls auch der impuls um 20 prozent größer sein also man muss halt da irgendwie nachweisen dass sie halt die masse 20 prozent größer ist und damit muss automatisch auch der impuls 20 prozent größer sein toll so jetzt geht es weiter jetzt geht das motorrad jetzt motorrad 1 macht jetzt einen crash test es fährt auf ein fest am boden verankertes hindernis und wird innerhalb von 0,15 sekunden von einer geschwindigkeit von 60 km pro stunde bis zum stillstand abgebremst und gut gut in dem fall weiß man ja es wird von einer geschwindigkeit von innerhalb von 0,15 sekunden von einer geschwindigkeit von 60 km pro stunde bis zum stillstand abgebremst gut also da steht jetzt übrigens auch eine neue nummer also 1 2 0 das heißt in dem fall kann man natürlich jetzt hier erstmal wieder neues gegeben gesucht hinschreiben also schreiben wir hin 1 2 0 schreiben wir hin gegeben ja was wissen wir jetzt von dem motorrad 1 es ist immer noch unser erstes motorrad also kennen wir von dem immer noch die masse nämlich 300 kg wir wissen jetzt die zeit in der es abgebremst wird 0,15 sekunden also so schnell schaut der motorradfahrer gar nicht wie der abgebremst wird und dann fliegt er falls er da drauf fährt er damit gleich direkt übers hindernis und ja und wenn es natürlich ein motorradfahrer wäre würde der da ungebremst dann übers hindernis fliegen und ja könnte schlimme verletzungen von sich tragen gute geschwindigkeit sind in dem fall 60 km pro stunde und mit der knallt er ja auf das hindernis und wird dann abgebremst deswegen können wir hier auch ohne probleme die kinetische energie kurz vor dem aufprall berechnen das heißt in dem fall e kin gut die formel vom e kin steht in der formelsammlung also hier wer sie nicht weiß kann sie noch mal nachschauen 1 halb mv quadrat also masse kennen wir geschwindigkeit kennen wir also ist e kin formel natürlich hinschreiben will ich immer sehen 1 halb mal m mal v quadrat also 1 halb mal 300 kilogramm und jetzt muss man aufpassen joul ist hier festgelegt als kilogramm meter quadrat sekunde quadrat also was machen wir wir wandeln hier die 60 km pro stunde wieder mit geteilt durch 3,6 erst mal in meter pro sekunde um also 60 geteilt durch 3,6 liefert uns 16,7 oder gerundet 17 in dem fall sinnvolle ziffern nehmen wir die 17 also haben wir gerundet 17 meter pro sekunde also in dem fall das mal 17 meter pro sekunde zum quadrat und dann können wir es natürlich schön ausrechnen also 0,5 mal 300 mal 17 zum quadrat liefert uns ich schreibe es erstmal ausführlich hin 43.350 joul weil kilogramm meter quadrat sekunde quadrat joul sind sinnvolle ziffern beachten wir natürlich jetzt wir brauchen zwei sinnvolle ziffern weil wir hier zwei haben die ungenauste angabe hier sind es zwei weil er von null nicht zählt und hier also sind das jetzt 43 kilo joul diese energie hatte der vor dem aufprall ja jetzt können wir natürlich noch weitermachen also jetzt soll man weiter ausrechnen noch durch rechnung den betrag der beim aufprall wirkenden kraft rausfinden na gut die kraft ist immer das produkt aus masse mal beschleunigung das haben wir hier na gut was brauche ich also noch wir brauchen noch die beschleunigung von diesem tollen tollen fahrzeug na ja was wissen wir von dem fahrzeug tolle sachen wir wissen ja es wird in 0,15 sekunden von 60 kilometer pro stunde komplett abgebremst auf null kilometer pro stunde das heißt wir können hier ohne probleme die beschleunigung ausrechnen weil wir wissen die geschwindigkeitsänderung von 17 meter pro sekunde auf null in 0,15 sekunden also ist mein a delta v durch delta t oder v durch t also ich habe sie jetzt mit v hingeschrieben in dem fall jetzt auch v man könnte natürlich auch hier jetzt delta v und delta t schreiben ob ich jetzt delta v und t schreibe ist eigentlich egal in der stelle das heißt damit ich jetzt auf mein 1 2 2 kommen wäre jetzt gesucht erst mal die kraft gut ich bringe das hier noch schön sauber hin der erste schritt ist ich rechne a aus indem ich erstmal die geschwindigkeit um dies abgebremst durch die zeit rechne also 17 meter pro sekunde durch 0,15 sekunden 17 geteilt durch 0,15 liefert uns 113,3 schreibe ich jetzt mal komplett hin sinnvolle ziffern sind als 0 beachtet so also die werden jetzt hier nicht beachtet und jetzt können wir natürlich die kraft ausrechnen als das produkt aus masse mal beschleunigung also wir nehmen die 300 kilogramm von unserem motorrad mal diese 113,3 wäre natürlich hier mit sinnvollen ziffern arbeiten würde das wären 1,1 mal 10 hoch 2 meter pro sekunde quadrat wert sagt nee ich lasse das jetzt erstmal so stehen können sie auch machen oder man gewöhnt sich halt an immer sinnvolle ziffern und dann müsste man das auch so schreiben also dann hätten wir die auch gleich beachtet ich hoffe ihr könnt es noch lesen also haben wir jetzt hier 300 mal 1,1 mal 10 hoch 2 und das liefert uns jetzt 33.000 kilogramm meter durch sekunde quadrat das sind dann natürlich 33.000 Newton und statt 33.000 Newton schreibt man einfach 33 also das ist die kraft die beim aufprallen wirkt als nächstes kommt eine kleine theorie frage jetzt soll man mal es kommt es da jetzt heißt also nach dem zusammen schoss befinden sich motorrad und hindernis in ruhe so gemäß dem prinzip der energieerhaltung kann energie nicht verdichtet werden erläutern sie den scheinbaren widerspuss ja gut ich meine es ist klar motorrad und hindernis sind natürlich in ruhe wenn es zusammen geknallt ist aber was ist mit dem motorrad passiert wenn das auf ein hindernis fährt also es hat sich vermutlich verformt das heißt was ist passiert das auto prallt natürlich dann auf das hindernis vom hindernis wird verformungsarbeit am out am motorrad natürlich verrichtet das heißt die komplett die bewegungs energie des motorrads wird umgewandelt in innere energie die nicht mehr zurück verwandelt werden kann und deswegen hat man hier natürlich dann keinen widerspruch weil letztendlich dementsprechend durch den aufprall verrichtetes verhindernis verformungsarbeit am motorrad und die pinetische energie des motorrads wird dadurch umgewandelt in innere energie und die kann man natürlich nicht mehr zurück umwandeln aber die ist nicht vernichtet eigentlich sondern die ist halt nicht mehr umwandelbar die wurde entwertet ja also könnte man das auch ohne probleme so formulieren muss man halt ein bisschen kreativ werden also schreibt man halt in dem fall jetzt hin eins zwei drei beim aufprall auf das hindernis naja was macht das hindernis verrichtet das hindernis also das verrichtet dann arbeit verformungsarbeit man könnte natürlich auch sagen reibungsarbeit aber so richtig näher so reiben näher reibt das viel als ich hätte jetzt gesagt verformungsarbeit am am motorrad am motorrad dadurch wird die kinetische energie des motorrads und die kann man natürlich jetzt nicht mehr in in kinetische energie umwandeln kann weil man hat ja jetzt hier eine plastische verformung keine elastische nicht so wie jetzt bei einem bogensehne wenn ich die spannen habe spannen verformungsarbeit spannen energie ist gespeichert die schnell zurück und verrichtet dann beschleunigungsarbeit am pfeil und der saß rum hier habe ich halt das problem da wird jetzt die kinetische energie umgewandelt in innere energie und die kann man nicht mehr zurück umwandeln und damit haben wir natürlich keinen widerspruch zum prinzip der energie erhaltung kann das heißt die energie ist natürlich jetzt hier nicht umgewandelt worden das heißt die kinetische energie hat abgenommen sie hat sich umgewandelt in energie und damit ist auch die energie nicht vernichtet worden sie ist eigentlich noch da aber für uns halt komplett wertlos weil man sie nicht mehr umwandeln kann und man hat hier eine klassische energie entwertung ja und dann kommt noch was ganz ganz tolles und zwar ein elektroroller da wird für in einem versuch der zurückgelegte weg in abhängigkeit von der zeit gemessen man kennt eine zeit man kennt einen weg und man soll sie messwerte in einem st diagramm grafisch darstellen das heißt der weg in abhängigkeit von der zeit also wie a von x also weg in abhängigkeit von der zeit st diagramm das heißt was in mathe des x ist ist hier das t und das da ist das y und dann muss man folgendes machen man nimmt als erstes am besten den bleistift weil zeichnungen macht man natürlich gern mit bleistift und zeichnet erstmal ein schönes diagramm in das man diese werte schön einzeichnen kann da bietet sich natürlich an hier immer eins zu nehmen und nach oben nehmen halt zehner schritte und dann kann man das super toll einzeichnen also das ist wirklich jetzt noch punkte sammler die 1 3 1 und die 1 3 2 also ich finde die super weil wer da jetzt sagt oi 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 das vorher ist nichts für mich hat hier trotzdem eine möglichkeit noch immer ein paar punkte zu holen das heißt nach oben brauchen wir zehn cm also das geht bei mir jetzt gerade so hin ohne raus stelle meine kamera weil wenn ich jetzt meine kamera raus fahren wird könnte sein dass wieder das signal weg ist also ich hoffe es geht also man kann sehen also machen wir jetzt hier ein st diagramm wunderschön also da natürlich nicht vergessen jetzt hier zeit erst mal in sekunden hinzuschreiben hier die null also 1 2 3 4 5 wer jetzt sagt auch nö das ist mir zu groß mit den 85 könnt natürlich auch nur da schon 20 hinschreiben aber es bietet sich ja an also das ist ja prädestiniert hier für 10er schritte also da wer das jetzt nicht macht ich meine ja und ihr seht auch wie schnell das geht also sauber kann man das auch machen also wirklich kein problem da sauber ein diagramm also wunderschön also das ist wirklich ein punktesammler so da natürlich jetzt nicht vergessen hier noch s in meter hinzuschreiben weil so und für diese meiste leistung kriegt es bei mir jetzt schon zwei punkte naja und dann kann man natürlich loslegen bei null haben wir die null bei 1 haben wir 3,4 nimmt man sein geordreieck und schaut halt 1 3,4 ist unfair da 3 3,4 also versuchen auch möglichst genau einzuzeichnen bei 2 hat man 14 und da bitte arbeitet da ein wenig sorgfältig weil das wäre ja schade wenn man da jetzt aufgrund von ungenauen zeichnen da punkte abgezogen kriegt also bei 4 haben wir jetzt noch 54 ja das waren übrigens so sachen die man früher halt im bereich der kennlinien drin oder ja irgendwelche diagramme mal zeichnen impuls oder schmarrer ding null effekt auswertungen dass man diagramme hat das ist halt jetzt da in der mechanik drin also da kann man mal schön auswerten ja bei 5 hat mit 85 oder noch mal so eine kennlinie von einem halbleiter kennlinien also tolle sachen ja sowas kommt raus naja gut man sieht natürlich jetzt hier auch da was es für art von bewegung ist natürlich für den elektroroller man sieht ja jetzt hier dass in gleichen zeitabschnitten immer größere wegstrecken zurückgelegt werden das heißt diese elektroroller führt in dem fall eine gleichmäßig beschleunigte bewegung durch also das ist der klassische verlauf für eine gleichmäßig beschleunigte bewegung da zieht mal schön sauber seine kurve rein und jetzt soll man wenn man das geschafft hat jetzt steht auch nicht dort was um was für bewegung es sich handelt also komisch also ich hätte jetzt gefragt um was für bewegung handelt es sich begründen sie also könnte man hinschreiben da in gleichen zeitabschnitten delta t immer größere werden der weg strecken delta s zurückgelegt werden liegt eine gleichmäßig beschleunigte bewegung vor ja das ist jetzt hier gar nicht gefragt also jetzt heißt es hier nur noch ermitteln sie mit hilfe des diagramms aus 131 die zeit nach der der elektroroller einen weg von 70 meter zurückgelegt hat also wirklich toll also was macht man jetzt man geht hier zu den 70 metern sauber rüber mit seinem geodreieck dann schön senkrecht nach unten also ich will sowas auch sehen übrigens gell also so senkrecht sauber runter und dann landen wir bei circa 4,6 sekunden also können wir hinschreiben oder halt im monomessgenauigkeit 4,5 also können wir hinschreiben nach circa würde ich halt circa schreiben 4,6 sekunden hat der roller also und der der beschleunigt halt jetzt auch diese wunderschöne elektroroller ja und das war die also das wäre jetzt der aufgabenvorschlag gewesen von der f also wirklich von 70 meter zurückgelegt so ja ist natürlich jetzt die frage was man sich dann immer so stellt mensch was ist das an punkten überhaupt weil es ist ja so man darf da jetzt die punkte so geben wie man im unterricht behandelt also da ist nichts vorgeben und es sollte halt ja halt angemessen sein also wie würde ich jetzt sowas bepunten das fragen mich ja immer die fans Peter was ist das wert also in dem fall wäre es jetzt hier bei der bepunktung wie folgt ich würde dass man erkennt schön sauber immer die achsen beschriftung hier und richtig beschriftet also dass hier dann wirklich t steht und die achsen vertauscht sind da schon mal jeweils einen punkt geben und wer halt die achsen vertauscht hätte da wäre jetzt dann schon mal der punkt weg so jetzt muss man hier sauber die werte ein sein es werden jetzt bei mir schon mal grundsätzlich eine halb punkte das heißt wird jetzt einer da noch hinschreiben jetzt es handelt sich wenn ist aber nicht gefragt wo man gleichmäßig beschleunigte bewegungen da in gleichen zeitabschnitten immer größere wegstrecken zurückgelegt werden hätte man sogar noch eine halb punkte mehr ist jetzt hier nicht gefragt gewesen dafür ist hier ja doch die auswertung zu machen und ich will es nachvollziehbar haben also einen halben dass man das hier sieht und dass man dann da in der lache ist richtig sein satz noch hinzuschreiben wäre ein punkt also wenn das schon mal eins zwei drei vier fünf punkte wenn ich mir das fällt eins zwei drei also sowas wäre fünf punkte wert so ja dann kommt natürlich hier naja die begründung was passiert da beim aufprall verrichtet das hindernis verformungsarbeit am motorrad dadurch wird die kinetische energie des motorrads in innere energie umgewandelt die man nicht mehr in kinetische energie umwandeln kann könnte man drei punkte drauf geben auf diesen meistertransfer da muss man halt mal ein bisserl was begründen und erläutern und ja man soll halt ein wenig prinzip der energieerhaltung gehen gut wer da keine idee hat bei prinzip der energieerhaltung kann ja auch den energieerhaltungssatz hinschreiben erstmal den könnte man ja hinschreiben dann dass man zumindest zeigt hey der weiß den also energie kann weder erzeugt noch vernichtet sondern nur von einer energieform in die andere umgewandelt werden dementsprechend wird jetzt hier die kinetische energie komplett in innere energie umgewandelt die kann man halt dann nicht mehr zurück umwandeln da könnte man drei punkte ohne probleme mal drauf geben ja was ist das vorne noch wert gut hier muss ich natürlich erstmal gegeben gesucht sauber richtig hinschreiben ist so hier die einheit umwandlung die brauche ich wichtige umwandlung hier gegeben und gesucht erstmal alles richtig mit symbolen hinschreiben halber punkt und dann halt jeweils auf eins setzen und ausrechnen halbe punkte also hier gut da müsste ich die formel erstmal richtig umstellen könnte man ganzen geben eins setzen halber und noch die folgerung da ist dann hätten wir schon eins zwei drei vier fünf sinnvolle ziffern natürlich beachtet also da fünf punkte ohne probleme machbar eins zwei drei vier fünf so dann hat man hier den impuls naja gut ich muss da irgendwie drauf kommen dass das 20 prozent mehr sind dann kann man hier natürlich jetzt noch die folgerung dann schreiben da zwei also da würde ich jetzt zwei punkte drauf geben dann hier wieder die umwandlung erstmal geteilt rechnen gegeben gesucht so damit auf die kinetische energie kommen formel hinschreiben halber punkt sauber einsetzen halber punkt sinnvolle ziffern beachten ganzer punkt noch einmal hier formel hinschreiben einsetzen ausrechnen einsetzen einsetzen ausrechnen und dann müssen wir jetzt aufs letzte könnten wir jetzt noch mal eins zwei drei vier fünf sechs punkte auf die ganze eins zwei vergeben naja damit hätten wir sechs sieben acht acht 13 punkte ja 13 punkte 16 punkte also vermutlich einundzwanzig punkte auf diese tollen meisterleistungen da und fünf halt wie gesagt auf die zeichnung ja wohlgemerkt da ist jetzt nicht so viel zum lernen dabei das ist halt wirklich so ein rechen kapitel und wenn ihr euch andere aufgaben anschaut in vorschlägen sind sie alle bisserl ähnlich und grasen halt die formeln ab ja das war jetzt mal ganz ausführlich der die beispiel abschluss prüfung f motorräder in der gegend rum fahren ja irgendwann vielleicht wenn ich lustig bin gibt es mal noch ein video aber das wäre jetzt zum beispiel die f also ihr seht eigentlich schon machbar diesen sinne übt einfach ein bisserl und dann wird merken hey so toll ist so schwer ist das mechanik gar nicht wenn man es übt